Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 im Multiplayer. Ich sitz wieder mal scheiße. So, und zwar zocken wir jetzt. So richtig hardcore geil. Ich spiele dann... Munitionsvorel. Los geht's. Gibt es hier nicht vielleicht Autos? Oder so? Aber ich glaube, das müsste... Hm. Gute Frage. Aber ich glaube, der Sound ist mal wieder viel zu laut. Arschloch. Mhm. So. Wollen wir mal loslegen? Aber ich würde gern Team-Setup... ...kall vorbeitreten. Ja. 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 Ah Ah, am I die falsche? Hey, am I die drei? Hä? Oh, da vorne Ich bin ja Mongo Jejeje So ein Mongovieh, ey Ich Leute hasse Ah Ich snipe Mama Weil ich hier bin Aber ich hab wenigstens ein paar Kills gerissen Muss man sagen Ah Ja, genau Ja, komm, fick dich Ich Ich hasse diese Leute Da muss ich aber so weit laufen Ach Oh Mann, ey Das regt mich doch schon wieder vollkommen auf Aber wirklich vollkommen regt mich das gerade auf Ja, ja Wie man hört, ich hab das, äh, spielt jetzt auf, äh, die, dass die Sprüche englisch sind Geiler Shit, Junge Geiler Shit, Junge Hä? Achter Ich guck überall hin Bloß nicht da hoch Hör ich, wie läuft hier gerade was? Extrem falsch Ähm Ja Ich könnte zu B gehen Ich könnte zu B gehen Ich könnte zu B gehen Oh Hä? Ich konnte jetzt aber nichts machen, ne? Ah, ist eh zu Ende Ja, es war aber wirklich ein gutes Spiel Okay Ich glaube, ich häng noch eine Runde dran War eigentlich ein bisschen kurz Hm Mh 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 Yay So Jojo Jojo Mach da mal schnell, eh Jo Ja Das ist ein russischer Server Scheiße Ich hab jetzt nichts gegen Russland Ich hab jetzt nichts gegen Russland oder generell Aber Wenn mir das richtig bekannt ist Hab ich mal irgendwo gehört Wenn du auf russischen Servern spielst Dass du meistens Hacker drauf hast Ich weiß nicht, ob es stimmt Ihr könnt mich gern anders über, also äh, umstimmen Aber ich hab, äh, ihr könnt mir auch was anderes erzählen Auf jeden Fall Ich hab's so gehört So Treten wir erstmal bei Ich bin bereit Ah So, ich hab eigentlich nichts am Spiel umgestellt Ich hab aber mehr Frames Hä? Komisch Komisch So Hä? Hab ich einen für einen Ping? Ach Ist ja noch nicht mal hoch eigentlich Was sind die mit? Was ist die mit? Was ist die mit? Nein Ich hab meine Kanada eigentlich niemanden gekillt Frage am Rand Ja genau Oh du bist so ein Wichser Jetzt reicht es Jetzt snipe ich gleich Wenn ich vom Spawn schon gecampt werde Da reicht es mir Probier ich es mal Ja Beitritt Achso Wieso Ich bin ja so weit hinten Mini Splitter Alter Alter Das macht mir gerade Sorgen mit diesen komischen Standbildern Ja komm Fuck you Mann Spiel aber auch gerade scheiße Aufklärer Ich bin ja Ich bin erst Eben Ich bin Kann man hier klettern? Nein. War ja klar. Hä? Raff ich nicht. Raff ich nicht. Na! Oh, wir sind jetzt hier. Geil. Geiler Shit. So, A ist hier. Das heißt, wir campen. Wo camp ich denn da jetzt? Ich könnte in dem Bunker ja drin hocken. Kann ich in die Munitionskiste hinschmeißen? Ah, mich juckt's an der Nas. Oh, oh. Alter, was ist denn hier los? Mit einer AUG von da oben, willst du mich verarschen oder was? Ach, der ist Hacker bestimmt. Also solche Standbilder, wie ich manchmal hab, kommt's mir vor, als wenn ich auf dem Hacker-Server bin. Jetzt reicht's mir. Jetzt spiel ich mich auf. Aufklärer. Oh. Komm mal gleich mit dem Panzer. Komm, wo? Kann mir jemand erzählen, was ich falsch mache? Ich sollte eindeutig Aufklärer spielen. Rutsch doch mal! Mann! Weißt du, kannst du übertreiben. Ich kämp' dir im Weg rum. Sowas aber. Wo kam hier jetzt die Granate? Muss gucken gehen, Junge. Ach du Scheiße. Was ich hier für Drops hab? Das ist abartig. Hm. Hä? Ich geh' noch nicht mal aus dem Spiel raus, weißt du. Aber er sagt mir erst mal, dass ich aus dem Spiel rausgegangen wäre mit der Maus. Naja. Warum auch immer. Weiß keiner. Alter. Das ist unmöglich! Oh, weiße ey. Das kotzt mich doch schon wieder voll an. So kannst du doch nicht spielen mit diesen Standbildern. Komm, ich tritt bei. Ich bleib gleich stehen. Leg mich gleich hin. Bring dir nix mehr. Ich geh' nach der Runde von den Surfer runter. Weil. Ich kann wirklich nix ausrichten hier. Nix. Weil hier wird ja. Wenn ich Standbilder hab, geh' ich zu 90% immer von aus, dass geäckt wird. Jetzt kenn' ich mich aus COD. Und von daher würde ich mal an der Stelle sagen. Das war's. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.